Herzliche Grüße aus einem herbstlichen Morgenspaziergang. Ja, ich bin gerade hier, mache eine Runde um Hart, um das Jonathan Seminarhotel. Da hinten sind wunderschön die Chiemgauer Alpen, heute Morgen leicht verschneit. Und so war es auch in etwa vor einem Jahr, als wir uns hier auf Visionsreise begeben haben, als wir in den Chiemgauer Alpen unterwegs waren, zu schauen, wo sind gerade die Dinge in deinem Leben, die besonders gut laufen? Wo hakt es, an welchen Stellen wünscht ihr einfach, über Schwellen gehen zu können? Und genau dazu sind diese vier Tage da, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo wir, Charles Radica, euch gerne Impulse mit auf diese Reise geben und euch einladen, einfach mal Abstand zu gewinnen, die Wanderschuhe zu nehmen und in dieser Zeit des Herbst, wo es einfach darum geht, Dinge loszulassen, da wirklich mal euch in die Höhen aufzuschwingen und zu schauen, ja, was steht gerade jetzt an? Den Körper in Bewegung bringen. Keine Angst, es werden keine schwierigen Touren, das ist so gut wie für jede Frau und jeden Mann geeignet. Und, ja, dort mit uns zu meditieren, Achtsamkeit zu praktizieren, tiefe Gespräche, wunderbare Begegnungen und, ja, zurückzukommen und uns womöglich im Hotpool und in der Sauna einfach die Tage wieder aufzuwärmen. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Bis dahin, ich freue mich.